Die technische Architektur von Verim ist jetzt nicht auf der Blockchain basiert. Was ist der Grund dafür? Geht ja nicht ums Stromsparen, oder? Stromsparen ist natürlich auch eine interessante Perspektive. Nein, aber ich würde sagen, Blockchain ist eher Technologie sucht Anwendung. Und wir suchen Lösungen für Anwendungen. Und dabei müssen wir einfach berücksichtigen, wir agieren im Hier und Jetzt für unsere Partner. Wir müssen im aktuellen regulatorischen Rahmen die Kunden identifizieren. Und da findet Blockchain keine Anwendung. Deshalb, ja, die Forschung für Blockchain und digitale Identitäten finden wir sehr spannend. Im Moment heißt es mehr Komplexität als Mehrwert auf der Blockchain zu arbeiten. Und sobald die Sicherheitsfragen und Datenschutzfragen wirklich verlässlich beantwortet sind, werden auch wir Blockchain-Technologie in unser Produkt einbinden, ganz klar.